Herzlich Willkommen zu iPad4Productivity, dem Podcast für den produktiven Einsatz des iPads im Business. Ich bin Thorsten Jickel und ich mache Unternehmen mit dem iPad Produktiver. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer weiteren Episode von iPad4Productivity und heute wieder einmal eine Episode aus der Praxis. Und zwar ist mir letzte Woche nämlich etwas leicht Stranges passiert zum Thema Kennwörter. Und darum soll es heute mal gehen und ich bitte um Entschuldigung, dass meine Stimme etwas angeknackst ist, da ich doch die letzten Tage, Schrägstrich Wochen fast nur unterwegs bei Kunden und die ganze Zeit am Reden war. Nichtsdestotrotz möchte ich aber sehr gerne Ihnen wieder wie üblich meine persönlichen Erfahrungen weitergeben, damit Sie die gleichen Fehler nicht machen müssen, die ich und meine Kunden ab und zu mal so tun. Diesmal bewusst mit dem Esel zuerst, weil letzte Woche war ich nicht ganz so smart. Weshalb? Wir hatten ein iPad-Rollout und im Rahmen dieses Rollouts haben die iPads nicht ganz so alles gemacht, was sie machen wollten. Zumindest eines, das IT-Verantwortliche der Bank, das wollte ums Verrecken nicht auf Deutsch gesagt, sich per Device-In-Roman-Programm einrollen lassen. Ja, der IT-Verantwortliche hatte dort zwar eine Apple-ID, aber diese Apple-ID hat er ohne Zahlungsinformationen hinterlegt gehabt und dann habe ich so recht spontan gesagt, dass da kein Thema zum Testen, können wir einfach mal meine Apple-ID nehmen. Ja, das Ganze hat auch dann wunderbar funktioniert mit meiner Apple-ID und das Ganze konnten wir dann so weit testen, wie wir das wollten. Das Gerät haben wir zwar immer noch nicht ins DEP reinbekommen, aber letztendlich haben wir es ohne DEP erstmal eingerollt bekommen mit auch einer anderen Apple-ID. Was ich nur nicht bedacht hatte, wenn man ein Apple-iPad mit seiner Apple-ID einrichtet, dann kann man hinterher, wenn man reingeht in den Bereich Einstellungen, Passwörter und Accounts, dann kann man, wenn man das iPad mit seiner Face-ID oder Touch-ID bei den Älteren freigeben hat, wunderbar im Klartext alle Kennwörter sehen, die man im Rahmen des iCloud-Schlüsselbundes eingegeben hat. Das war mir persönlich ehrlich gesagt noch nicht so bewusst. Ich war immer schon etwas skeptisch bezüglich des iCloud-Schlüsselbundes, weil ich immer sagte so, das ist naturgemäß immer eine Browser-basierte Schnittstelle, die ein bisschen heftig ist. Und als mich dann letzte Woche der IT-Orga-Verantwortliche dort darauf aufmerksam machte, zu sagen, oh schön, ich kann jetzt Ihre ganzen Kennwörter lesen, dann wurde es mir dann doch etwas warm. Also vor dem Hintergrund beim Thema Kennwörter erneuere ich hiermit meine Empfehlung, dass Sie doch etwas vorsichtig sein sollten beim Thema Nutzung iCloud-Schlüsselbund. Und schauen Sie doch einfach mal spaßeshalber rein in den Bereich auf dem iPad Passwörter und Accounts. Und dann müssten Sie eben genauso, auch wenn Sie das iPad entsperrt haben, Ihre Zugangsdaten, Ihre ganzen Kennwörter sehen. Weshalb ist das kritisch? Sicherlich werden Sie nicht immer Ihre Apple-ID weitergeben, um testweise andere Geräte einzurichten, beziehungsweise ich habe die ID auch nicht weitergegeben, aber ich habe das testweise eingerichtet und das iPad dann weitergegeben. Und da war es, wie gesagt, netterweise so, dass mich der Kollege darauf aufmerksam gemacht hat, zu sagen, na, das ist, glaube ich, nicht so ganz beabsichtigt. Und somit konnte ich das gleich entsprechend ändern. Nur, vielleicht haben Sie ja ein iPad, was Sie auch vielleicht nicht durch das härtste und beste Kennwort der Welt geschützt haben. Und dann sollten Sie wissen, dass bei dem iPad, eben wenn es entsperrt ist, wenn Sie den iCloud-Schlüsselbund nutzen, entsprechend auch Ihre Kennwörter zu sehen sind, wenn Sie auf Einstellungen, Passwörter und Accounts gehen. Beim Thema Sicherheit werde ich ja immer wieder gefragt, wie schlimm die NSE ist und was da die größten Tipps und die besten Tipps und die größten Engpässe sind. Und es bewahrheitet sich immer wieder und das sogar auch bei mir selbst. Der Engpass ist immer der Mensch. Der Engpass ist immer der Mensch dadurch, dass er eben nicht komplett durchgängig denkt, wo denn gegebenenfalls bei komfortablen Diensten wie dem iCloud-Schlüsselbund die Daten abgespeichert werden, wo sie zu sehen sind. Und ich habe es jetzt mal leidvoll erfahren. Zum Glück ist da nichts passiert. Aber es kann eben auch anders ausgehen. Und der Engpass ist immer der Mensch, weil doch meistens die gleichen Kennwörter überall benutzt werden oder dort entsprechend die aufgeschrieben werden, also recht unbedarft damit umgegangen wird. Ja, eine gute Strategie ist immer die Satzstrategie bei Kennwörtern. Das ist ein Tipp, den ich gerne weitergebe von Florian Oehlmeier, der sich mit diesem Thema Sicherheit sehr stark beschäftigt oder eben auch von Götz Schartner, dessen Buch Tatort www ich beispielsweise sehr empfehlen kann. Die beiden Kollegen, Florian Oehlmeier hat immer so ein schönes Startchart, wo er fragt, vertrauen Sie Ihrer Putzfrau? Und das finde ich durchaus einen guten Punkt, denn ein Thema beim Sicherheit ist natürlich immer die Zutrittskontrolle. Also das heißt, wer hat zu dritt zu Ihren Geräten und vielleicht auch zu Ihrer Schreibtischunterlage, wo Ihre Kennwörter dann drauf notiert sind, ist natürlich bei Ihnen nicht. Aber ich kenne da durchaus auch den einen oder die andere, die das vielleicht ein bisschen komfortabler löst mit dem ganzen Thema Kennwörter. Ja, und das Zweite eben im Sinne der Satzstrategie, die Idee ist, dass man sagt, Sie merken sich einen Satz und von diesem Satz nehmen Sie die ersten drei bis fünf Buchstaben jeweils. Wenn Sie dort ein I drin haben, ist es eine gute Idee, das auf den Kopf zu stellen, im Sinne von ein Sonderzeichen beispielsweise zu kriegen. Das ist eine Idee, die man dafür nutzen kann. Und dann kodieren Sie an einer Stelle des Kennwortes das System, für das Sie dieses Kennwort nutzen. Dann können Sie dieses Kennwort sogar für mehrere Dienste nutzen und sich ganz gut merken. Denken Sie übrigens auch daran, dass Sie, wenn ein System komportiert wurde, auf alle Fälle alle Ihre Kennwörter ändern. Und Sie sollten vor allen Dingen besonders gut schützen, Ihr Kennwort für Ihre E-Mail. Weshalb das? Sie können, wenn Sie die E-Mail-Adresse haben, wirklich sehr einfach das Thema Identitätsdiebstahl durchziehen, denn Sie kriegen natürlich ja alle Rücksetzungskennwörter und alle Dinge auf Ihre E-Mail-Adresse. Also deswegen, dieses Kennwort sollten Sie regelmäßig ändern, sollten Sie idealerweise nirgendwo nutzen. Und wenn Sie sich die ganzen Kennwörter nicht merken können, dann ist eine gute Idee, sich ein Kennwort safe zu nutzen. Und das sollte vielleicht nicht der iCloud-Schlüsselbund sein, sondern ein anderer. Also ich nutze beispielsweise eWallet. Denn eWallet hat für mich ein paar charmante Vorteile. Zum einen, es ist 256-Bit-IS-Verschlüssel. Das ist so die höchste Verschlüsselung, die man im zivilen Bereich bekommt. Und es ist zum Zweiten so, dass Sie keinen iCloud-Synchronisationszwang haben. Was heißt das? Das heißt, es gibt eben viele Synchronisationstools, die eine Synchronisation über die iCloud erfordern. Da bin ich kein großer Freund davon, sondern ich bin eher ein Freund davon, die Kennwörter mit einem sicheren WLAN von Device zu Device entsprechend zu sichern. So mache ich das zwischen den verschiedenen Geräten. Ja, was auch noch wichtig ist, es sollte plattformübergreifend sein. Also eWallet ist beispielsweise eben für Android, für iOS, für Blackberry, für Windows Mobile, für Apple, für Windows, für alle gängigen Plattformen verfügbar. Somit sind Sie nicht nur heute auf allen Plattformen dort performant unterwegs, sondern Sie haben auch die Option, wenn Sie später mal das ganze System wechseln wollen, dass Sie nicht alle Ihre Kennwörter neu eingehen müssen. Also achten Sie darauf, möglichst plattformübergreifend zu sein, vielleicht auch nicht den berühmtesten aller Dienste zu nehmen, weil das ist natürlich dann immer die eigene Nordwand für die Hacker, sondern eher einen etwas unbekannteren Dienst zu nehmen, der dann vielleicht so ein bisschen unterm Radar ist. Also deswegen arbeite ich mal ganz gerne mit eWallet. Das kennt nicht jeder. Und vor dem Hintergrund ist es so, dass da nicht dauernd permanent Hackerangriffe drauf sind. Der Engpast bei allem ist dabei eben immer wieder der Mensch und häufig werde ich dann angesprochen zu sagen, also wenn Sie das in so einem Kennwort-Safe haben, dann, wenn einer Ihren Kennwort-Safe knackt, dann ist ja alles weg. Sage ich, ja, umso wichtiger ist es, dass das ein gut gesicherter Kennwort-Safe ist, dass da ein Kennwort drauf ist, was nirgendwo anders drauf ist, idealerweise auch nicht per Face- oder Touch-ID gesichert, sondern wirklich mit dem entsprechenden Kennwort. Und die andere Frage ist natürlich, was ist die Alternative? Und die Alternative ist meistens schlechter gesichert als der Kennwort-Safe. Also die Alternative ist dann meistens eine Excel-Datei, eine Word-Datei, in Notizen, in Büchern oder sonst wo irgendwo notiert. Also vor dem Hintergrund sollte man das Ganze immer ganzheitlich betrachten. Denn Sie wissen, ich bin ja kein Freund von Pseudo-Sicherheit, sondern ich bin ein Freund von wirklich echt realisierter Sicherheit. Und das ist gerade auch beim Thema Kennwörter ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist. Ja, wie immer finden Sie unter www.ipad4productivity.com, so wie der Podcast geschrieben ist, die Anmeldungsmöglichkeit zum Hörerservice dieses Podcasts. Tragen Sie sich gerne mit Ihrer E-Mail-Adresse ein, damit Sie nie verpassen, was es an Neuigkeiten gibt. Bald gibt es ja auch die Apple Keynote am 25.03.2019. Der Podcast ist jetzt genau eine Woche davor. Also vor dem Hintergrund, wenn Sie ihn hören und die Keynote war schon dabei, dann hören Sie einfach in die nächste, schrägstlich übernächste Episode rein. Wenn da, werde ich dann auch nochmal sagen, was Apple dort entsprechend vorgestellt hat. Ich gehe mal davon aus, dass es vor allen Dingen zum Thema Streaming-Dienst einiges Neues geben wird. Es gibt einige Stimmen, die sagen, es wird auch ein neues iPad Mini geben. Das würde sicherlich mein lieben Freund Andi Lex von der SV Sparkassenversicherung freuen. Mal gucken, was da so kommt. Sie bleiben auf alle Fälle immer auf dem Laufenden und entweder auf www.ipad4productivity.com gehen oder Sie schreiben mir eine E-Mail an t.jeckel at jeckelteam.de, damit Sie nie alles Neues zum Thema Produktiver mit dem iPad verpassen. Bis dann, Ihnen eine schöne Woche. Ihr Thorsten Jeckel Das war eine weitere Episode von iPad for Productivity, dem Podcast für den produktiven Einsatz des iPads im Business. Ich bin Thorsten Jeckel und ich mache Unternehmen mit dem iPad Produktiver. Das war eine kleine Warehshaped zum Beispiel, der Ende der